Moin Lukas, wie geht's dir? Ich grüße dich. Ich habe das Gefühl ich renne bloß hin und von A nach B. Ich muss mal langsam anfangen produktiv zu sein. Produktiv. Ah, natürlich ich muss mich um Melvin, die kleine Snitch, kümmern. Komm mal her Melvin. Wir wollen dich in unserem Dorf haben, das machen wir jetzt, okay? Gibst du jetzt eine Quest? Nein. Gibst du jetzt eine Quest, die ich erfüllen kann, Melvin, okay? So. Ähm, need anything. Falls ihr mal eine Fliege findet, bitte fangen. Ich hab noch eine Geldfliege drüben im Zimmer liegen. Geht ihr auch? Deine Fliege ist noch bei mir in the house. In the house? Also in der Garage. Ja, also die gar nicht abgegeben habt? Ich hatte schon eine gefangen. Ja, ich brauch aber zwei. Aber dann nehm ich die auf jeden Fall. Jo, ich hab's verkackt mit Melvin. Warum? Ja, weil da, ich wollte weiter klicken, weiter klicken, weiter klicken mit der Maus, damit es schneller geht. Und dann kam dieser Dialog für annehmen oder ablehnen. Ich hab abgelehnt und jetzt will er mir nicht eine neue geben. Ach man, Alter. Ist dein Ernst jetzt? Ja. Ich muss noch mal zwei Tage warten. Das heißt, wir kriegen Melvin erst im nächsten Livestream. Tut mir leid, Leute. Ist aber auch blöd gemacht in dem Spiel. Da bin ich ja nicht schuld dran. Nein. Was? Kann man so los sein. Weißt du, du kannst keinen Wire für mich fahren oder du kannst das nicht? Ich hab Wire für dich gefahren. Du wolltest sie dann nur nicht mehr haben. Ich hab die sogar noch. Also entspann jetzt mal. Mein Schließmuskel. Dein Schließmuskel. What a job for me? You catch the Trawala. Also die Frage kann ich auch für den Arsch. Haben wir einen Trawala? I can't, sorry. Hier ist noch eine Fliege. Nee, das war irgendwas anderes. Das ist keine Fliege. Sooo. Das Motorrad müsste doch theoretisch in der Garage stehen, wa? Ja. Guck doch mal. Hast du übrigens gesehen, Ara, wie geil wir jetzt Essen kochen können mit den fünf Grilldingern, die da stehen? Ja, ja. 1A. Geil, oder? Geht das? Oha. Ich hab keine. Ich bin so viel. Achja, ich will gucken, was ich machen muss. Ich muss irgendwas schmelzen. Ich muss irgendwas ausbuddeln. Ja, komm. Ich muss ja eh noch Wires für Schnucki farben. Oh, ich hab ne Fliege hier. Oh, wo bist du? Wo bist du? Äh, am Ende der Welt. Dann bringst du sie mal mit? Äh, ja, natürlich. Merci. Wohnt sich das überhaupt noch, wenn wir beim Ende der Welt angekommen sind? Ja, dann lauf ich halt vom Ende der Welt wieder zurück, ne? Profi halt. Wenn das so einfach wäre. Mach das mal mit unserer Klimakatastrophe, die wir aktuell haben. Einfach zurücklaufen. Und direkt erfüllt. Ich musste nur eins ausbuddeln. Ist ja wild. Fixi angenehm. Ah, warte mal. Ah, hat doch vor langer, langer Zeit einen Eisensperr für mich gecraftet. Ich vermisse den immer noch. Scheiße. Oh, Mist. Das hab ich vergessen. Ach, du hast den... Ach so. Du hast den sogar vergessen. Ich dachte, der ist in meiner Kiste oder sowas. Ne, ne. Hab ich komplett vergessen, weil wir einen Tag geskippt haben. Ich wollte das gestern machen. So. Ach so. Okay. Ich komme gerade zurück. Und wenn ich zurück bin, dann baue ich die ein. Was war das? Ist das... Was? Oh, hier fliegt einfach ne Random Biene rum. Ist ja geil. Oh, richtig. Hab ich schon. Sie fliegt durch seinen Schritt. Gut. Hey. Aha. Nimmst doch einfach mit. Hier. 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 So, ich muss irgendwas schmelzen. Also schmelze ich jetzt irgendwas? Schnucki, ich hab dir letztens eine wertvolle Goldkette geschenkt. Ich muss irgendwas schmelzen. Kannst du mir die geben? Mal gucken, wie viel ich schmelzen muss. Auf jeden Fall kann ich eine Sache schmelzen. Das ist ja ein Anfang, ne? Man muss klein anfangen im Leben. Vielleicht reicht das. Reicht das? Oh, hat schon gereicht. Geil. Gibt wieder Meilen. Aber immer noch nicht genug, damit ich das Tuftu fahren kann. Spade. Ja. Wobei, man könnte jetzt sogar noch gucken. Können jetzt noch 500 Kilometer schnell laufen. Dann würde ich, äh, gut Meilen bekommen. Tausend Sachen könnte ich ausgraben. Oh, das kriege ich hin. Mein Anzug-Inventar voll oder was? Das kriege ich hin. Warte mal. Hast du mir ein bisschen Geld? Aber, weißt du? Wir brauchen unbedingt solche E-Bikes oder so, weißt du? So kleine Roller, wo du dich drauf stellen kannst. Dann rollst du einfach dahin. Oder so Fütterbänder, wie am Flughafen. Dass du dich überall einfach nur drauf stellen kannst. Und dann wirst du überall hingetragen, wo du hin möchtest. Alles gleich, Manuel. Dann, ähm, also falls ich dort sein sollte. Ja, alles gleich. Ich werde es auf jeden Fall posten. Dann gute Nacht. Schlaf gut, Manuel. Und, äh, bis die Tage. Das wäre echt super, wenn man da ein paar Leute wieder sieht. Ja, schon so lange her, dass ich die alle schon mal gesehen habe. Ja, ich habe mich ein bisschen versprochen. Entschuldigung. Geh mal weg. Grünen Frisur. Wacketabacketabapp. 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 So. Wacketabapp. Hat sie zweimal? Die kleine Snitch, die hat einfach, die bietet zweimal Shaka-Kane an. Äh, mach's so offen. Ach, machst du jetzt endlich Felder, oder wie? Ich habe schon davor Felder gemacht. Ja, weiter jetzt die Felder. Äh, so passt du auf. So, passt die Frau auf. Schläft ein Flammenhund im Wasser. Auf jeden Fall werde ich jetzt Onion anbauen. Er ist next. Achja. Dafür brauche ich erstmal hier diese schöne Lampe. Eine Materie draußen, ne? Ist ja nix einfach. Sag ich dir. Gleiches Spiel. Lass mal verkaufen wieder. Da ist ein Regen. Ich habe in dem Spiel auch gerade mal 30, 40 Stunden rein investiert. Da kann man es auch mal wieder verkaufen. Da merkt man ja, dass es mir keinen Spaß macht. Bei so wenig Playtime. Da ist noch ein Regen. Wie kann ich hier nicht haben? Uh, ich habe den Gandalf-Rut. Uh. Da wird sicher ein Gandalf-Rut. Äh. Wie muss ich? Nein. Ich muss immer noch 12 Seeds an. Ah, ne, halt. Ich habe da noch. So, die kommen auch da drüben hin. Ja, 12. Zehn Stück habe ich gekauft. Geil, Alter. Muss ich nochmal zu der Pflanzen-Tanderin. Ich habe noch welche. Ich habe drei jetzt. Für dieses Jahr? Okay. Was meinst du? Ne, ich habe diesen roten Plüschchen. Ne, das fliegen wir nichts. Oder? Ich sehe das auch. Oha. Harry Potter ist in der Hut. Kann ich mit dem fliegen? Kann ich mit dem fliegen? Hä? Fliegen wir nicht irgendwo mit dem Besen? Das ist eine Axt, ne? Kein Besen. Bei dieser Haarspalterei hier. Ja, wenn, dann wollen wir ja korrekt bleiben. Filmografisch korrekt. Ja, ich kann es probieren, Schnuggi, ne? Zwei Stück brauche ich noch. Von den roten hast du gesagt, hast du zwei Seeds. Weiß Seeds. Weiß Seeds hast du gesagt. Vier Seeds. Vier Seeds hast du gesagt, ne? Ja. Kommst du grad schon wieder zurück? Ja. Ja, dann... Probiere ich das doch mal. Ansonsten muss ich noch was zu kaufen. Waren wir noch mal die Robo-Sticks? Ja. Ja. Haben wir Pondenweise gesammelt. Ja. Das habe ich gemerkt. Ich habe gerade den Mangrovenwald gesehen und habe nur noch an den kompletten Fluss zwei Bäume stehen sehen. Ja, ich habe, ähm, ich glaube 235 habe ich gesammelt. Was ist denn Schnuggi jetzt? Sie war doch gerade noch hier. Sie ist mir vorbeigelaufen. Ich kriege das Kotzen. Bis ein, warten. Hä? Ich laufe doch gerade zu den Feldern. Ich war da gar nicht. Ich komme von da gar nicht. Du warst dort hinten auf der anderen Seite. Ja, ja. Ja. Ich habe dich auf der Karte beobachtet. Gar nicht. Oh nein. Lügen Sie mich mal hier nicht so an. Gar nicht. Ähm, Blue Spot Flathead. Kriegt man den noch? Äh, das ist die Frage wo, ne? In welcher Region? Ist doch ein Fisch. Glaube ich, ne? Das war der Fisch. Der war im All draußen. Das sind die Wale, die in Star Citizen rumfliegen. Ja, ich glaube das war der. Lass es lieber. Sehr gut. Ich habe mein Raumschiff noch nicht fertig gebaut. Kannst du hier auch mit der Dragonfly rumfliegen, die wir jetzt in der Garage stehen haben? Ja, stimmt, stimmt. Jogi hat übrigens nicht gezählt. Was? Man muss richtige Samen einpflanzen. Oh, wehe. Die hat jetzt zu, ne? Und ich habe wegen dir jetzt die Samen nicht gezählt. Wisst ihr eigentlich, was das zweite Level ist von einem Metalldetektor? Äh, habe ich tatsächlich. Ich glaube du findest fast nur noch diese Ölfässer. Also die Wahrscheinlichkeit ist glaube ich höher, dass du die Ölfässer und die Ölfässer und die Ölfässer bekommst. So bessere Materialien aus dem Boden. Ja, mehr halt einfach, ne? Okay. Du findest dasselbe, aber halt, also mit der ersten findest du ja fast kaum Fässer und mit der zweiten findest du fast nur noch Fässer. Und in den Fässern ist halt ganz viel drin. Im Vergleich zu diesen einzelnen Sachen, die du man schon ausgriebst. Also soll ich besser Stufe 3 Fishing Lizenz nehmen? Das wäre krass, das hat glaube ich noch keiner von uns. Metalldetektor. Oder, weil mit der Fischling Lizenz kann ich Crab Pots craften. Oha, mach. Muss mein Flieger. Definitiv. Unlock a new fishing. Wahrscheinlich Route. Also ne neue Route freischalten. Ja geil. Ja dann mach das so. Okay. Dann brauche ich noch ein paar Punkte. Muss meine Flieger. Äh, ich habe sonst glaube ich noch Fliegen. Brauchst du noch welche? Ja eine brauche ich noch. Kannst du die vor John hinstellen? Ich glaube du warst bei der Falte drinnen. Ich war bei der Falte ja. Ich habe noch zwei. Ich brauche nur eine. Und da bist du. Ja. Hat die Falte noch auf? Nein und jetzt macht die Fire out. Jetzt wo ich das Zeug für die Lizenz zusammen habe. Warte mal. Wie kann ich das jetzt ablegen? Deine Falte. Ich schmier dir nachts fett in deine Falte rein. Na ruhig. Kannst du mit links hinstellen. Linksklick. Ich habe keinen Linksklick. Warte ich wechsle. Du nimmst in der Hand und platzierst einfach ganz normal. Ja ich. Ach ja platzieren. Warte so. Genau. Jetzt habe ich es. Weil ich habe ja keinen Linksklick. Warte so. Okay. Das ist gerade ein sehr trauriger Tag für mich. Und die Biene? So hat es mit Wort gefragt. Die stell da mal bei der Sammlung neben Falte das Haus hin. Okay. Weil die brauchen wir später für Sachen. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ich gehe jetzt die Felder. Ja ich wollte auch noch einen Lizenz holen. Und die besitzt jetzt hier Faul auf der Bank. Ja. Das ist richtig dreist, Alter. Oder machst du dich lustig über mich? Nein. Nein. Na ja okay. Du machst dich lustig über mich. Nein. Weil Mensch bin ich nicht. Brauch ich. Und das als Freundin. Eines Freundes. Was? Sie ist die Freundin eines Freundes? Was? What the fuck? Ja wir tauschen immer hin und her. Ah. Diesen Monat ist Kali bei mir. Alles klar. Cool. Direkt noch Bewässern freigeschaltet. Da steigen die Meilen wieder. Die Höhe. Flap, 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 flap. Ja cool. Jetzt hätte ich gern auch irgendwann mal so eine Query fahren. Dass wir wirklich ganz viele Queries haben. Einfach ein einzelner Apfel am Baum. Also Frutarier können die auch überleben bei uns auf dem Server. Ich sag's wie es ist. Auch an die wird gedacht. Ja moin Schnuggi. Hast du überhaupt schon mal in unsere Wire Kiste geguckt? Weißt du was da der aktuell ist? Da hab ich ganz viel reingepackt. Warum? Weil ich da auch gerade zwei Stück reingepackt hab. Aber ich wollte nur sagen, dass da ganz viele drin sind. Ich wusste nicht, dass du wusstest, dass die da drin sind. Weil ich auch nicht wusste, dass du die da reingetan hast. Wir sollten den wieder verkaufen. Kannst du eine Kiste mitbringen? Sagt sie mir, wenn ich bei ihr bin, ne? Noch schön in der Falte versteckt? Ahnenmodus. In der Falte. Kann ich mich in ihrer Falte verstecken? Faltenmodus. Was ist jetzt los? Ich werde im Lagern schon angegriffen. So überspringen wir jetzt den Tag und machen dann den nächsten oder wie? Das war's. Ja, danke dir. Immer gern. Liegt auch noch was für dich. Mein Lieferant hat abgeliefert. Äh, was ist mit eurer Falte los? Ich weiß. Die versucht zu sitzen, aber... Ja, Schoggi. Ich glaub, die Falte faltet rum. Du hast was verloren. Dein Humor. Danke. Jetzt gib her. Ich glaub, dein Leben ist scheiße, ne? Das ist dein Humor, der da liegt. Das ist dein Freund, der da liegt. Das macht's was besser, ja. So. So. Und ich hab noch was für dich, Schoggi. So nett bin ich. Was denn noch alles? Ta-da. Hab ich gemacht. Ich hab zum ersten Mal gekocht. Ich hab da auch einen. Ja. Hast du den eingesammt oder ein Arad? Ich hab den ersten eingesammt. Hast du den zweiten bekommen? Ich hab einen, ja. Danke. Danke. Ja. Was macht denn da eigentlich? Hab ich gar nicht geguckt. Wer? Achso. Drei Minuten lang irgendwas mit nem Schwert und drei Minuten lang... Das machen übrigens die Flaschen, die wir hier brauchen auch, ne? Und das zehn Minuten lang. Oha. Die Einmachung... Was? Für die Höhle weiß ich genau, was wir machen müssen. Okay. Reingehen. Ne, ähm. Das Essen meine ich. Der Früchte-Salat oder was. Das Gemüte-Salat oder was. So was auch immer ist. Der ist ultra geil. Und den haben wir ja auch. Beziehungsweise können wir ja herstellen. Da wird wahrscheinlich noch bessere Sachen geben, aber der ist tatsächlich aktuell somit das... Leckerste für die Höhle, ne? Aber... Man kann doch bestimmt auch den Salat... Man kann ja drei Sachen essen. Das ist ja so das Valheim-Prinzip. Du kannst ja bis zu drei verschiedene Bus aufladen. Wahrscheinlich kannst du den Gemüsesalat essen. Plus die Flaschen... Einmal gelbe und einmal rote. Weil... Die gelbe macht halt... Abbauen extrem schnell. Du kriegst ja alles One-Hit weggehackt. Oder war das der Salat? Ne, genau. Die Flasche machen glaube ich... Die gelbe macht glaube ich für 10 Minuten... Äh... Besser abbauen unseren Spaß. Ne, Quatsch. Stimmt. Die rote Flasche macht Lebenspunkte 10 Minuten. Lebenspunkt-Regeneration. Und die... Ähm... Gelbe Flasche, die macht Ausdauer. Für 10 Minuten. Regenerieren. Regenerieren. Und dann noch den Salat. Dann hast du sowohl Lebenspunkte als auch Ausdauer als auch schnell abbauen. Ich glaub das ist ne geile Kombo. Lalalala. Wart noch kurz mit Ausmachen. Oh natürlich. Gerne doch. Guck schnell mal ob ich wieder ein bisschen cheaten kann. Glaublich. Oh. 300 Punkte kann ich heute machen. Unglaublich. Ja. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Ein noch nicht entdeckter Fisch vor der Gesicht jetzt Schnuggi. Ähm. Braucht ihr noch irgendeine Waffe oder irgendwas was ich craften kann? Ja. Mach doch einfach irgendwas. Also ich hab aktuell alles. Du hast alles. Und da wir jetzt reparieren können, werde ich wahrscheinlich nie wieder was brauchen. Guck. Guck. Die macht bloß ne Minute lang diesen Buff mit hier Regeneration. Ja gut, aber ist trotzdem gut. Guck. 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 Ich speichel das eh nicht, ne? Ja, aber. Aber. Aufgaben. Punkte. Ja, aber. Tower. ja wir sprechen ja nicht wenn sie auch die punkte holt dann geht das schon ja das stimmt ja das geht schon der einzige dapp der das nicht machen kann ja weil der heck ist ja quasi wenn ihr euch jetzt ausloggt habt ihr das wieder da ich hier nicht speichere ich habe das nicht könnte ich jetzt quasi auch wieder einloggen und noch mal die selbe daily machen immer wieder und immer wieder ja ich kann meine nicht machen. Warum? Ich bin im Nullerz. Nullerz? Oh ja das ist eine schwierige Aufgabe. Da musst du ein bisschen suchen. Auch nicht an unserer Query? Habe ich schon einmal. Achso. Ah hier. Hä jetzt seht ihr als erstes nicht auch Quarz? Weil wir haben ja Quarz direkt in unserer Base. Nein. Nicht? Nein. Oha ok. Ok hab einmal bekommen. Yay. Das andere habe ich jetzt keinen Bock. Da muss ich Tiere handeln. Es gibt ja null Tiere hier. Ja wir haben langsam fast gar nichts mehr ne? Es stirbt alles aus. Unsere Stadt sieht schön aus aber die Insel stirbt. Ironspear. Ironspear. Arrrr. Ha. 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 Die letzten zwei Tiere starben somit. Ha. Auch die Totentiere müssen sterben. Bounce. Ist das auch die Quest? Hm. Ich mach keine Quest. Ich warte bis ihr sagt dass ich ausmachen kann. Ich bin mir grad einfach nur sinnlos rum. Lotte Spielwelt. Danke für dein Follow. Schön dass du mit dabei bist. Aber warum tötest du jetzt Tiere die ich als Quest hab? Ich halt mir zu sagen dass das Tiere sind. Da waren Tiere. Oh man. Weil ich keine Langeweile hab? Ich bin schuld tut mir leid. Mir fehlt nur noch ein Tier. Und deswegen 200 Meilen. Nur ein Tier und die hast du gekillt. Ein Tier und die hast du gekillt. Ich hab die ein Tier gekillt. Ja du hast halt mehrere gekillt. Ja wie wir halt auch gar nichts mehr haben ne? Ja. Ah hier. Weit draußen gibt es noch Tiere. Weil auf den anderen Inseln. Ja. Die anderen. So. Wenn jemand noch ein Tier findet. Gib mir Bescheid. Ich brauch auch noch eins. Hier ist ein Känguru. Oh ich habe eins. Ist gut. 1,2. Yeah. 300. Mit der Daily gemacht. Sehr gut. Ich bin fertig. Okay. Also. Feierabend ja? Ich bin auch fertig. Sehr gut. 管st. posste den Autoren zur Seite.